Musik 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 um mit der vorgeschlossigen grundsatz bleiben und kurz vorbomben geräbt werden es wird beide Türen aufmachen ich steh im Cap drinnen das passt so Du bist in Kaffee? Wie hast du dich?! WTF? Waaat Waaat Waaaat Waaat Waaat Was macht? Ja Waaat 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 Es hat sich wieder beruhigt, als ich die Tür wieder geöffnet habe. Du hast es kaputt gemacht. Oder halt irgendwie andere Mottenteile haben. Wenn man eine Welt hat zum Ender-Drachen-Farmen. Ja. Was ist passiert? Nein, ich bin stuck. Mein Hauptsitz ist stuck. Oh. Oh Mann. Nein. Nein. Der kommt. Oh mein Gott. I'm done. Vor allem fahr ich hier lang. Ich weiß es nicht. Geht voll Judo runter, oder? Ja, ja. Oh Gott. Wir fliegen. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Ich hab dich da voll in den Endshot. Nein. Zwei Endshots und dann warst du ne Medik bekommen. Nein, du hängst. Nein, du hängst. Ander, ey, ey. Aus mein Body. Oh Gott. Gott, oh Gott. was ist noch einer. W限ruM. Aha mein. Dieser Sprung einfach. Perfekt. ich bin dann der gut viel kann ja für mich ich habe eine fahne noch mal ja so wie ich auf empires von c auf a holen das sieht so dumm aus muss so abartig hochschießen jona ist viel zu niedrig ich hab ein ne ich hab dann das haus got one wir sollten auf die fahrtschutzgang aufpassen die von a wie würdest du auf die aufpassen ja und gucken wann sie schießt dann kannst du sie noch sidestappen wieso? ja ich hab in sie reingesidestappt wenn du sie schiebt so fast wenn du sie schießt dann kannst du sie noch sidestappen dein kid ist nach bagdad geflogen guck sie an dann kannst du sidestappen wir sind dir gerankt ja light tank wirst du äh fahr da aus ich hasse dich basti wer auf einsteigen ist umgefallen du fährst nicht oder? ja doch warum? du dummische scheiße was sind alle hier karma wir hatten 80 leben ja der light tank hat auch noch auf uns geschossen instant karma du du bist mitgefahren zum Glück zum Glück das ergibt das ergibt und his name is john see ein n-trip ich kann nicht durch das tor laufen hier bei mir ist das tor ja hatte ich gerade auch ich hab mich irgendwie durchgebracht Keine Ahnung. Der Team wird sich grad mit seiner Lippe drum. Ja, fuck. Beide? Eine noch. Close, one hit. Hinten noch irgendwo. Da ist noch einer irgendwo. Ja. Aber klar. Da bin ich damit gerechnet, dass das... So nab, ey. Da kann ich mich richtig raffen. Hier liegt so ein Haufen Zeug bei mir. Ich hab mein Kit wieder. Ja, ich mein's auch. Ich wollt meine Fortresscan fahren. Der hat... Fortresscan hat grad einfach mich verletzt. Oh mein Gott. Der hat dich getötet. Mann, ey. Du läufst einen Millimeter hinter der Wand hervor. Und Clash einfach durch die Fortresscan angetriegt. Voll Kanne gegen die Wand. Die hat auf Jakob geschossen. Nein, ich hab den falschen Bayonet. Komm schon. Oh. Ich bin doch bei dir gespawnt. Don't worry. Was? Was? Weil das bist du. Nee, nee. Hier liegt ne... Ist schon geil, oder? Also. Oh mein Gott. Alter, ich... Was? Fällig. Du liest nicht Following, aber rechts ist ein Heavy-Tick. Und dann geht. Ich war fight doch irgendwie. Ich will ja keinen Fick nennen. Der ist dann nur noch gebailt. Angehittet. Passiert. Wo geht es umfeldes? Ähm. Julis fällt dir genau auf den Kopf. Oh mein Gott. Die Gondel, Basse. Die Gondel war so close grad bei dir. Die hat mir 50 damage gemacht. Nicht andere. Was? Echt jetzt? Wir wurden grad beide von den Gondeln gefickt. Die Gondel hab ich einfach von 100 auf 0. Ja. Der Gondel. Der krasse Ficke. Mir, mir, mir ist ein bisschen neben mich gefallen. Und hat... Reft euch! Scheiß Landship, ey. Müssen wir von meinem Schuss... Lord, what? Hast du den Flieger gesehen? Ja. Der fliegt jetzt da hinten noch weiter. Der fliegt jetzt da hinten noch weiter. Wo? 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 Und wenn man so lange snipet, dann kriegt man's irgendwie hin zu peeken, ohne dass er gekriegt wird, dass er drapt. Haha. Fuck. Hahaha. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das sah so dämlich aus. Basti Charge, die Freiheit, vor ihm landet. Oh my god. Ja.